Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung hassen sich in sehr vielen Fällen selbst. Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung empfinden häufig eine tiefe Ablehnung sich selbst gegenüber oder schämen sich sogar, überhaupt auf der Welt zu sein. Ja, und diese Eigenschaft im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist sogar so ausgeprägt und so häufig, dass sie eines der eigenständigen Diagnose-Merkmale im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung bzw. das Borderline-Muster im neuen ICD-11 geworden ist. Ja, und deswegen sollten wir über dieses Problem von Menschen mit Borderline in diesem Video einmal sprechen. Ja, ganz, ganz viele Menschen mit Borderline werden mir zustimmen, wenn ich ihnen sage oder vielmehr, wenn ich sie fragen würde, hey, magst du dich eigentlich selbst? Hast du ein positives Selbstbild? Und wenn du in den Spiegel schaust, kannst du dir gegenüber wohlwollende und freundliche Gedanken haben. Ja, in diesem Fall werden sehr viele Menschen mit Borderline sagen, Nein, das kann ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, ist es sogar so, dass ich mich so sehr hasse und so abstoßend finde, dass ich teilweise den Blick in den Spiegel sogar ganz vermeide. Das hat natürlich verschiedenste Ursachen. Es hat natürlich Gründe, dass gerade Menschen mit Borderline häufig so schlecht über sich selber denken und dass gerade dieses schlechte über sich selber denken, gerade mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung so eng verwurzelt zu sein scheint. Die gleichen Ursachen, die zu diesem schlechten und negativen Denken über sich selbst geführt haben, waren nämlich in aller Regel auch die Ursachen, die daran mitgewirkt haben, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Laufe des Lebens überhaupt erst entwickelt wurde. Das kann zum Beispiel ein dysfunktionales Elternhaus gewesen sein, in welchem die eigenen Eltern den jungen Kids mit späterem Borderline schon gesagt haben, Hey, du machst doch wieder alles nur falsch. Du kannst nie etwas richtig machen. Ich ärgere mich darüber, dass du mein Sohn oder meine Tochter bist. Oder dass zum Beispiel unangemessene Vergleiche gezogen werden. Dass zum Beispiel gesagt wird, Hey, schau mal, dein Bruder oder deine Schwester, die kann doch auch dieses und jenes. Warum kannst denn du das nicht? Ja, vielen beziehungsweise nicht wenigen Menschen mit Borderline wurde von den eigenen Eltern sogar vermittelt, dass sich die Eltern darüber ärgern würden, dass sie überhaupt auf der Welt wären. Man hat vielen Menschen mit Borderline eventuell auch gesagt, dass sie durch ihr Sein in der Welt, durch ihre bloße Existenz, die Familie zerstört hätten, dafür verantwortlich wären, dass die Mutter oder der Vater unglücklich sei oder dass die Ehe in die Brüche gegangen ist. Ja, hier muss man natürlich ganz klar sagen, dass das ja eigentlich schon ein Paradox ist, weil ja die Menschen mit Borderline sich gar nicht selbst auf die Welt gebracht haben. Das sind ja gerade die Eltern gewesen und somit sind natürlich die Eltern die Letzten, die den Menschen beziehungsweise Kindern mit Borderline darüber irgendeinen Vorwurf machen sollten. Aber um das hier auch noch ganz, ganz kurz zu sagen, es ist natürlich nicht immer nur das dysfunktionale Elternhaus, das zu Borderline führen kann oder es sind nicht nur die Sätze aus dem Elternhaus, die dazu führen, dass Menschen mit Borderline sich eventuell schlecht fühlen und dafür schämen, auf der Welt zu sein. Es können natürlich auch die Mitschüler oder Lehrer gewesen sein. Es kann eventuell auch die erweiterte Verwandtschaft gewesen sein oder ganz viele andere Dinge. Am allerwichtigsten ist es natürlich erst einmal festzustellen, dass Menschen mit Borderline häufig sehr schlecht über sich denken und das müssen wir hier auch ganz klar sagen, dass eben eines der Begleitsymptome beziehungsweise eines der Probleme der Borderline-Persönlichkeitsstörung als solches ist. Und deswegen ist es ja auch ein Symptom, das bei oder in den Diagnose-Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung aufgelistet ist. Warum ist es wichtig, diese eventuell so banale Sache erst einmal festzustellen und auch laut auszusprechen? Naja, weil es natürlich bedeutet oder uns einen Hinweis dafür gibt, dass diese negative Selbstbewertung eben nicht realistisch, nicht objektiv ist, sondern Folge beziehungsweise Teil eines bestimmten Störungsbildes ist. Ja, rational wissen viele Menschen mit Borderline das sogar. Rational wissen Menschen mit Borderline, hey, häufig mache ich mich vielleicht schlechter, als ich wirklich bin. Das erkenne ich an bestimmten objektiven Parametern. Aber das, ja, rational vielleicht zu erkennen, heißt natürlich noch lange nicht, dass man es in jeder Lebenssituation rational erkennt. Eventuell kann dieser einmal rational festgestellte Gedanke in einer akuten Krisensituation gar nicht mehr erreicht werden oder rational erzeugt werden. Naja, und zum anderen bedeutet das auch noch nicht, dass man das auch wirklich emotional fühlen kann. Deswegen an dieser Stelle vielleicht eine kurze Achtsamkeitsübung zum Entwickeln von selbst oder Entwickeln für mehr Selbstmitgefühl. Denn das ist es häufig das, was Menschen mit Borderline an dieser Stelle fühlt. Menschen mit Borderline können teilweise viel Mitgefühl für andere haben, aber haben teilweise sehr wenig Mitgefühl mit sich selbst. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Behandeln und betrachten sich deswegen selbst schlechter, als sie es bei anderen tun würden. Und ja, denken deswegen in der Folge auch schlechter über sich selbst, als sie es bei anderen tun würden. Und deswegen ist ihre Bewertung diesbezüglich nämlich gerade nicht objektiv. Wie geht diese Übung? Ja, diese Übung ist eine Übung aus dem Rahmen der sogenannten DBT, einer Therapieförmung für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, ursprünglich auf Marshall Linehand zurückgehend. Ich habe diese kleine Übung allerdings mal im Rahmen eines Seminars von Christian Stiegelmeier, einer der bekanntesten Experten, Forscher und auch Therapeuten zum Thema DBT im deutschsprachigen Raum machen dürfen und kennengelernt. Und zwar stellt man sich bei dieser Übung einmal vor, und da könnt ihr dann gleich vielleicht auch dieses Video hier auf Pause drücken. Das ist vielleicht mal ganz sinnvoll, da in diese Übung etwas gezielter eintauchen zu können. Man stellt sich dabei vor, man kann dabei auch die Augen schließen, man versucht sich selber von außen zu betrachten, ja, und geht einmal so den ganzen eigenen Körper einmal durch und stellt sich dann vor, wie sieht man eigentlich aus und was empfindet man dabei? Manche werden vielleicht feststellen, dass sie dabei ein kleines Bäuchlein haben, so wie ich zum Beispiel. Und ja, viele stellen dann zum Beispiel fest, dass sie dieses Bäuchlein bei sich selber sehr negativ und als sehr hässlich bewerten, empfinden. Oder sie können sich einmal vorstellen, bei dieser Meditation, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn einem selber ein kleines Fauxpas passiert, dass man also zum Beispiel ein Getränk eingießen möchte und dabei das Glas umkippt und Leute am Tisch dann das auch sehen. Ja, da haben Menschen mit Borderline dann häufig sehr selbststrafende Reaktionen, auf die sie dann gleich kommen. Denkmuster, Schema teilen, die sie da verfallen, machen sich starke Selbstvorwürfe, schämen sich, gehen hart mit sich ins Gericht. Hey, du warst wieder so dumm, du warst wieder so tollpatschig, dass du jetzt hier das Glas umgekippt hast und dich selbst blamiert hast. Genau, und Teil dieser Übung ist das dann, dass man sich vorstellt, wenn man sich selber in so einer Situation befindet, wie redet und denkt man dann über sich selbst, zum Beispiel über die kleinen körperlichen Unzulänglichkeiten, wenn man das hier mal so sagen darf, oder über kleine Missgeschicke, die einem immer wieder passieren. Und jetzt stellt man sich eine andere Person vor, der das passiert, genau das Gleiche, und fragt sich, wie würde ich denn über andere Personen denken, die dieses kleine Bäuchlein zum Beispiel hätten. Das ist nur ein Beispiel, das ist nur exemplarisch. Oder wie würde ich über eine andere Person denken, die mit mir am Tisch sitzt und dann ihr Getränk umstößt. Würde ich dann auch denken, was für ein Idiot, was für ein Tollpatsch, kannst du nicht mal ein Glas einschenken, etc. pp. Ja, und die meisten Menschen mit Borderline kommen jetzt zu dem Resultat, dass sie das bei anderen völlig gutmütig und schon gar nicht so negativ und abwertend aufnehmen würden und darauf reagieren würden, wie bei sich selbst. Den anderen, da würden sie vielleicht sagen, naja, der oder die hat ein kleines Bäuchlein, aber das haben ja unzählige Leute in der Gesellschaft. Ja, vielleicht sieht ja dieses kleine Bäuchlein bei der anderen Person, die ich mir hier vorstelle, sogar attraktiv aus. Oder hey, ein Glas umzukippen, das kann jedem mal passieren. Ich helfe dir, dieses Glas auf, den verschütteten Orangensaft aufzuwischen, hole einen Lappen für dich. Vielleicht macht es dich sogar sympathischer in meinen eigenen Augen, weil ich sehe, du hast, ja, dir passieren auch mal kleine Unlänglichkeiten, genauso wie mir. Dadurch wirkst du so viel nahbarer, ja, du wirkst so viel menschlicher durch dieses kleine Missgeschick. Dieses alles und vieles mehr ist möglich und was ich jetzt hier als, ich sage einmal, als Übung, als Achtsamkeitsübung einfach mal dargestellt habe, euch mal dazu aufgefordert habe, das mal vielleicht auch auszuprobieren für euch, soll und wird in aller Regel euch verdeutlichen, dass ihr andere Menschen negativer bewertet als euch selbst. Dass ihr bei anderen Sachen eventuell kleine Missgeschicke sogar sympathisch empfindet, aber schon gar nicht als große Katastrophe, dumm, tollpatschig, verachtenswert, bei euch selbst allerdings schon. Und das zeigt eben dieses fehlende Selbstmitgefühl hinsichtlich kleinster, meistens kleinster Unzulänglichkeiten, aber vor allen Dingen auch die nicht objektive, subjektive von einer rational-objektiven Wahrnehmung völlig entkoppelte, negativ verzerrte Selbstwahrnehmung. Okay, das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja, und diese Übungen, die natürlich im Rahmen dieses YouTube-Videos in keinem Fall irgendeine therapeutische Intervention ersetzen, das ist ganz wichtig zu verstehen, können immer mal wieder natürlich auch gemacht werden und man kann sich natürlich dann auch darin einüben, mit sich selber gütiger, achtsamer, selbst mitfühlender zu sein, so wie man es anderen Menschen gegenüber wäre. Dass man sich selber einfach nicht schlechter behandelt, als man selber andere Menschen behandelt oder wie man nach seinem ethisch-moralischen Denken her findet, dass Menschen generell behandelt werden sollten. Ja, die meisten Menschen mit Borderline finden es ja gar nicht gut, dass Menschen ausgeschimpft werden, dass man schlecht über sie redet. Sie finden es eigentlich auch gar nicht gut, dass zum Beispiel die eigenen Eltern einem absurde Dinge gesagt haben, wie, hey, schäm dich dafür, auf der Welt zu sein oder, hey, du kannst ja nichts. Die meisten Menschen mit Borderline würden mit ihren eigenen Kindern nie so sprechen, wie es die eigenen Eltern mit ihnen getan haben und, und das ist jetzt so wichtig, wie sie es selbst mit sich selber tun, okay? Das kann man alles einmal reflektieren und hier mehr Selbstmitgefühl einüben. Das ist ein langer Prozess, okay? Da muss man auch gütig mit sich selber sein, wenn einem das nicht leicht gelingt. Aber nochmal, das ersetzt natürlich keine professionelle therapeutische Intervention. Was man nicht tun sollte, das hat die Forschung gezeigt, da mache ich euch hier auch die Einblendung einer entsprechenden Studie, ist mit Selbstliebe Affirmationen zu arbeiten, insbesondere nicht in einem übertriebenen Sinne. Es ist ja aus den gängigen Selbstliebe-Ratgebern, die man so im Buchhandel kaufen kann oder bei Amazon bestellen kann oder wo es auch unzählige Videos im Internet zu gibt, dass gesagt wird, hey, du musst dir nur immer wieder sagen, wie toll du bist, wie liebenswert du bist. Dann wirst du das irgendwann selber glauben und das wird dich heilen, das macht dich stark, das macht dich gesund. Ja, hier hat die Forschung relativ klar gezeigt, dass das nur bei den Leuten funktioniert, wenn überhaupt, die sowieso davon überzeugt sind, dass sie ganz toll und liebenswert sind, aber überhaupt nicht funktioniert und eventuell sogar zu paradoxen Wirkungen führt bei denjenigen, die das genaue Gegenteil glauben, wie, insbesondere im Kontext dieses Videos, Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die ja sogar als Diagnose-Kriterium diesen schlechten Glauben, dieses negative Reden, diesen Selbsthass über sich selber haben. Warum ist das so? Auch hier hat die Forschung eine Antwort. Ja, wir glauben immer das, auch das, was wir uns selber sagen, was am nächsten bei unseren eigenen Grundüberzeugungen ist. Ja, wir glauben aber gar nicht das und das ruft in uns auch Abwehrreaktionen hervor oder können nicht glauben, von denen wir überhaupt nicht überzeugt sind. Und wenn ich mir selber oder wenn du als Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen jetzt dir sagst, hey, ich bin total toll und liebenswert, aber du glaubst in Wahrheit das genaue Gegenteil, wird das sofort dazu führen, dass dir ein Gegengedank kommt und dir unzählige Situationen einfallen, die dir in Häkchen scheinbar bewiesen haben, dass es nicht stimmt. Ja, also die Situationen, wo du dir das Glas Orangensaft aus Versehen verschüttet hast und dann wird dir das sofort in den Sinn kommen und du wirst dir denken, nee, das ist ja alles Quatsch, was ich mir hier selber versuche einzureden. Es gibt so viele Situationen, die mir einfallen, da habe ich Foupas begangen oder habe vielleicht sogar grobe, handfeste Fehler gemacht, die auch schwere Folgen vielleicht gehabt haben für mich und andere. Das gibt es ja auch und auch das ist übrigens menschlich, das passiert jedem, das ist auch mir schon passiert. Und deswegen stimmt es ja gar nicht, was ich mir hier versuche selber zu sagen. Das ist ja eine Lüge, die ich mir versuche selber einzuhämmern. Okay. Und genau, wenn einem dann aber in der Folge diese ganzen Situationen wieder in den Kopf kommen, wo man in Häkchen, in Häkchen, okay, versagt hat, dann fühlen sich, weil einem das dann ja alles einfällt, weil das alles wieder hochkommt, die Menschen mit Borderline schlecht und eventuell dann sogar schlechter, als bevor man angefangen hat, sich selber programmieren zu wollen, dass man, genau, dass man ja also, ach so toll und so liebenswert und so stark und so super etc. wäre. Also vor dieser Intervention kann man bei Menschen mit Borderline aus allen hier genannten Gründen eher nur warnen und das mache ich auch an dieser Stelle. Was hilfreich sein kann, ist sich moderatere Affirmationen zu sagen, die näher, sage ich mal, an der objektiven Realität sind. Und es ist ja auch in vielen Fällen gar nicht objektiv, was sich nicht alle Leute in Folge von Ratgebern in narzisstischer Manier einhämmern, dass sie selber ach so toll und so liebenswert sind und jeder ist gut, so wie er ist und egal was er tut, jeder ist immer ach so toll. Es ist ja Quatsch. Also wenn jemand offensichtlich einen Mist baut, dann sollte man zumindestens meiner Meinung nach das auch benennen. Denn es ist nicht jeder völlig unabdingbar immer gut und okay, so wie er ist. Also wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel, meine Freundin betrügen würde, da kann ich mich nicht hinterher hinstellen und sagen, naja, ich bin ja trotzdem toll und gut, so wie ich bin. Nein, dann habe ich da einfach etwas Schlechtes getan. Aber genauso wie das natürlich dann auf diese Situation zutreffend ist, aber nicht generalisiert werden kann auf den ganzen Tom oder auf den ganzen, wen auch immer, David, Michael, Michelle, Sabine, Hans-Joachim, ja, sollten auch die Affirmationen, die man sich sagt, erstens natürlich wenigstens noch ansatzweise realistisch sein, näher, möglichst realistisch sein und es ist hier sehr viel besser, die auch dann wieder auf einen relativ kleinen Bereich zu begrenzen. also zum Beispiel zu sagen, ich kann gute und tolle Geschenke aussuchen, die ich anderen schenke und ich weiß von mir immer, wenn ich Geschenke aussuche, dann mache ich das mit viel Liebe, viel Hingabe, ich mache mir viel Gedanken über meinen Gegenüber und ich kann die vielleicht auch toll einpacken und ich weiß, wenn ich jemandem was schenke, dann freut der sich. Das kann man sich sagen, man kann sich sagen, hey, ich nehme achtsam erst einmal wahr, meine Geschenke, die ich mache, die kommen immer gut an, in aller Regel. Das kann helfen, das ist auch sehr viel realistischer, als sich nur einzuhämmern, ach wie toll man ist, egal was man tut, auch wenn man mal Mist gebaut hat, man ist ja trotzdem toll und achtsam und alle müssen und dies und jenes und das wird dann auch entsprechend sehr viel besser angenommen und kann auch tatsächlich hilfreich sein, auch mal die guten Eigenschaften wahrzunehmen und die auch mal zu würdigen und ja, auch das in Häkchen dürfen auch Menschen mit Borderline und insbesondere dann, wenn andere Menschen einem gegenüber, zum Beispiel die eigenen Eltern aus irgendwelchen eigenen persönlichen Konflikten einem sehr unschöne und unrealistisch negative Dinge an den Kopf geworfen haben. Ja, abschließend in diesem Video möchte ich natürlich sagen, idealerweise Menschen mit Borderline, die sowieso schon ihre Diagnose haben oder Menschen, die Verdacht auf eine pathologische Borderline-Persönlichkeitsstörung bei sich selber haben und die sich vor allen Dingen auch häufig schlecht fühlen, die sehr negativ über sich selber denken, sich richtig runterputzen, vielleicht sogar dann zu selbstverletzenden Tendenzen übergehen. Ja, hier ist es natürlich immer anzuraten, mit einem kompetenten Therapeuten zusammen den Weg aus diesen Problemen zu gehen, zum Beispiel mit einer DBT, zum Beispiel mit einer Schematherapie, um nur zwei Therapieformen zu nennen, die insbesondere bei Borderline sehr gut funktionieren. Ja, das sei hier noch gesagt. Und ja, ich weiß, ich bin Realist, ich bin nicht, wie man so schön sagt, blauäugig. Therapieplätze sind sehr schwer zu bekommen, das weiß ich. Und wenn man einen Therapieplatz hat, heißt das noch nicht, dass der Therapeut, den man dann an der Angel hat, auch gut ist oder selbst, wenn er gut ist, dass er aus irgendeinem Grund zu einem selber passt, dass die Chemie dann passt. Dieser Therapeut kann ja generell gut sein, aber ja, zu einem selber passt einfach der Stil irgendwie nicht, dieses Therapeuten. Das kann alles sein. Ich weiß, der Weg zur Therapie ist langsteinig schwer und ja, trotzdem natürlich generell hier vor mir die Empfehlung und die Feststellung, wenn ihr die Gelegenheit habt, eine Therapie zu machen und wenn ihr auch einen kompetenten Therapeuten habt, wäre das natürlich sehr, sehr hilfreich, das auch dann in Anspruch zu nehmen und diesen Weg mit einem Therapeuten zusammenzugehen. Für all diejenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, hoffe ich, dass dieses Video euch ein bisschen weitergeholfen hat, euch ein bisschen Selbsterkenntnis vielleicht gebracht hat, inspiriert hat, angeregt hat, nochmal neu über euch selber nachzudenken, hoffentlich in positiver Art und Weise, insbesondere, wenn ihr euch selber immer sehr, sehr schlecht denkt, schlecht macht, ja, dann hoffe ich, euch hier ein, ja, ein kleines positives Puzzleteil gegeben zu haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal, jede Woche kommt hier ein neues Video zum Thema Borderline Persönlichkeitsstörung raus, ja, und wenn ihr Danke sagen möchtet für dieses Video, könnt ihr von Herzen gerne auch Kanalmitglied werden, dabei helft ihr auch mir auf meinem persönlichen Lebensweg wirklich ein großes Stück weiter, ein Link dazu findet in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für das Zusehen, fürs Einschalten, fürs Klicken, ähm, ja, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, euer Tom. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.